Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Rokotti mit mir und Chris Und ihr seht es, wir haben mal wieder ein bisschen Bock auf CSGO Big Ja, wir werden mal wieder ein paar Coinflips hier raus droppen Und die Seite ist meiner Meinung nach immer noch die Beste um Coinflips zu machen Und deshalb hatte ich mal wieder Bock Und ja, ich werde jetzt einfach Solange die Skins hier reinhauen, bis sie weg sind Wir können natürlich jetzt auch Pech haben und direkt den ersten Coin verlieren Aber ich hoffe, dass wir nicht So, dann gehen wir jetzt mal mit insgesamt 8 Dollar Gehen wir auch direkt mit 8 Dollar rein Und hoffen, dass wir den ersten Winstens gewinnen und nicht direkt mit Broke gehen Jo, einfach mal die Skins rein droppen und hoffen, dass wir den ersten gewinnen Oh, ich hab Angst Ich hab Angst, ich hab tatsächlich Angst um mein Leben hier Mein ganzes Geld geht flöten Komm, jetzt pick mich auch und wir wurden gepickt Yes, den ersten gewonnen Nice, Leute Da freut man sich doch Was haben wir denn so Schönes bekommen Oh, ein paar Skins sogar Da sind wir jetzt schon bei 15 Dollar Jo, ist doch ganz nice Können wir auch mal auf Roulette gucken hier Oh, da kam lange kein Knife Da kam lange kein Knife Da kann man eigentlich mal auf das Knife belieben Lassen wir einfach mal auf das Knife belieben Hier mit 1,60 Euro Join Game Vielleicht kommt das Knife, ja War jetzt eigentlich nicht geplant, dass wir hier Roulette mitmachen Aber wenn das Knife kommt, kriegen wir das mal 14, 1,16 Euro Das wäre schon ganz sick Komm schon Komm, das Knife Oh, da war es ja Ja, sehr schlecht Egal Ah, wollen wir noch einmal probieren Es kam halt echt lange nicht mehr Das müsste eigentlich heißen, dass es bald wieder kommt Deswegen Ähm Komm, hauen wir nochmal 1,40 rein Ja, komm 1,47 Wir haben es ja Wir haben ja eben gewonnen, ne Da muss man auch ein bisschen höher reingehen Wir gäbeln heute uns ein bisschen hoch Oder versuchen es jedenfalls Wir sind ja immer noch 4 Euro im Plus Also was soll's Versuchen wir hier das Knife zu getten Komm schon, bitte Knife Bitte Knife, bitte Knife Oh, oh, oh Oh Langsam, langsam, langsam 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 Es könnte kommen Es könnte kommen Nein 1 zu weit Holy shit Alter Wir werden reich Wir werden reich Alter Boah, war das ein Bait, ey Heftig Heftig Gehen wir nochmal rein Da gehen wir nochmal rein So, lassen wir uns das hier nicht gefallen Holy shit, Leute Das war so knapp am Knife vorbei Ein einziges Feld Ich dachte, das wird echt das Knife Oh, ist das ärgerlich Ist das ärgerlich 14 mal 1,50 Euro Wenn ich Kopf rechnen könnte Würde ich euch jetzt sagen Wie viel Geld wir gemacht hätten Alter, ist das ärgerlich Vielleicht kriegen wir es jetzt Nein, das sieht schleiße aus Das sieht schlecht aus Ja, viel zu schnell Ah, Mann, Mann, Mann Wir haben auch kein Glück Wie viel haben wir denn jetzt noch Ich wette, wenn wir jetzt nicht reingehen Kommt es Ich wette Deswegen habe ich auch immer Angst Nicht rein zu gehen Ich denke mal, dass ich das Knife habe Oh, was mache ich denn hier Ja, komm, gehen wir mit 1 Dollar Und Okay Letzter Try Letzter Try 2,40 Euro Mal 14 Das wäre schon Das wäre schon ein bisschen was Komm schon, bitte Go Knife Es kam so lange kein Knife Ich wette, wenn ich gleich broke bin Dann, äh Der kommt das Knife Wäre ich kein Wallet mal Oh, es ist zu schnell Es ist zu schnell Och, Mann Egal, wir machen noch einen kleinen Coinflip hier Machen wir einfach mal einen 4er Coinflip Suchen hier rein zu gehen Ich wette, jetzt kommt das Knife Safe kommt jetzt das Knife, wo ich nicht reingehe Aber Dann haben wir Pech gehabt Komm schon, wer hat gepickt Komm schon Wenigstens den Coinflip, den können wir doch gewinnen Da sind wir gepickt Und Alter, jetzt verlieren wir das auch noch Egal Nein, 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 nein Oh shit, ich will da noch rein Ich mach all in All in, 4,25 Euro Scheiß drauf Alter, nein Fuck my life Alter Ja, so Leute Geht man broke Wie lange geht das Video jetzt? Fünf Minuten Wir haben fünf Minuten gebraucht, um hier unser ganzes Geld zu verschwenden Alter Ey, das will ich jetzt noch sehen Wenn jetzt das Knife kommt, ne? Ich raste aus Ich raste aus, wenn jetzt das Knife kommt Alter Wenn das jetzt tatsächlich kommt, ne? Dann ist vorbei Dann ist vorbei Aber ich kenn mein Glück Und jetzt kommt das Knife Ey, wenn das jetzt tatsächlich kommt, ne? Wir hätten so viel Money gemacht Das sieht gut aus Das sieht gut aus Okay, doch nicht Das wird nicht Knife Das wird Okay Egal Ähm Ich würde sagen Das war's mal wieder Wir haben unser Money gewasted Wie auch immer Egal Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben Auf welcher Seite ich als nächstes gambeln soll Oder Welche Kiste ich aufmachen soll Ist mir eigentlich relativ egal Mach einfach mal ein paar Vorschläge in die Kommentare Und ja Ich würde sagen Danke fürs Zusehen Wir sehen uns das nächste Mal Bei Rokorti Bis dann